Die zu veräußernde sanierte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Oberschöne-Weide. Das im Jahr 1921 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Keller. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 115.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.